Darf ich das Gespräch mit der Bank aufzeichnen, ohne Ihr Wissen? Dieses Video beantwortet die Frage, ob Sie das Gespräch in der Bank auf einen Tonträger aufnehmen dürfen, und zwar ohne Wissenderbeteiligung. Ist diese Aufnahme legal und darf diese in einem späteren Gerichtsverfahren verwendet werden? Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo mit SwissBankingLoyers.com vom Paradeplatz in Zürich. Dieses Video habe ich gemacht, weil viele meiner ausländischen Kunden immer wieder die gleiche Frage stellen, ob sie das Gespräch mit der Bank, mit dem Schweizer Banker, aufnehmen dürfen. Sie wollen das Gespräch auf Ihrem Mobiltelefon aufnehmen. Sie fragen mich, ob dies in der Schweiz legal ist. Meine Mandanten wollen nämlich mit der Aufnahme beweisen, dass der Berater die Performance gewisser Investitionen garantiert hat. Wissen Sie, die Schweiz hat eine sehr strenge Gesetzgebung zum Schutz der Privatsphäre. Das Bundesgesetz über den Datenschutz hat eines der strengsten Gesetze weltweit. Private Gespräche dürfen nur aufgenommen werden, wenn alle beteiligten Parteien einwilligen. Es gibt aber Ausnahmen davon. Es gibt Situationen, in denen man trotzdem aufgenommen werden darf. Nehmen wir mal an, Sie laufen in die Halle einer Bank hinein. Jeder muss damit rechnen, dass er aufgenommen wird, wenn er sich in der Eingangshalle einer Bank befindet. Wer genau hinschaut, bemerkt sogar, wo sich die Kamera befindet, die ihn gerade aufnimmt. Das Gleiche gilt, wenn Sie sich in einem Supermarkt befinden. Auch hier im Supermarkt dürfen Sie nicht erwarten, dass Sie sich in einer Privatsphäre befinden. Wenn Sie sich aber in der Toilette der Bank befinden, dürfen Sie sehr wohl damit rechnen, dass Sie sich in einer geschützten Privatsphäre befinden. Wenn Sie mit Ihrem Banker telefonieren, darf dieser erwarten, dass seine Privatsphäre geschützt ist. Gewisse Anrufe aber mit der Bank sind nicht geschützt und werden immer aufgenommen. Vor allem die Telefongespräche mit Händlern, Telefonate im Handelsraum, werden immer aufgenommen. Hier muss aber die Bank vor dem Gespräch explizit darauf hinweisen, dass sich die Bank das Recht nimmt, Gespräche aufzunehmen. Das bedeutet, dass jede Aufnahme eines Telefongesprächs ohne ausdrückliche Einwilligung der Beteiligten illegal ist. Es darf in einem Gerichtsverfahren nicht verwendet werden. Wenn Sie eine Situation aufnehmen, in welcher allgemein erwartet werden kann, dass eine Privatsphäre vorliegt, dann machen Sie sich strafbar, wenn Sie trotzdem aufnehmen und unter Umständen sogar schadenersatzpflichtig. Aufnahmen sind nur dort zulässig und erlaubt, wo jeder leicht erkennen kann, dass keine Privatsphäre vorliegt. Wenn Sie rechtliche Fragen haben, dann zögern Sie nicht. Greifen Sie jetzt zum Hörer, greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen 0041 für die Schweiz, 44 212 4404. Fragen Sie mich, bevor es zu spät ist. Wissen Sie, es ist nie zu früh, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Wissen Sie, es ist nie zu früh, aber oft zu spät.